hey hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier noch im alten jahr fort night wir spielen fortnight richtig ob wir glück oder können wenn es will wir haben immer noch den 31 dezember in ein paar stunden ist neujahr ja was soll man sagen hitman kommt leider erst erst ab montag wieder ich bin noch ein bisschen groggy also ich komme nicht in die pushen um das aufzunehmen aber im neuen jahr gibt es wieder hitman am dritten am dritten januar versprochen er an bord wo fliege ich hin ich habe keine ahnung ich sehe auch mein ziel nicht aber da bin ich ja da gehen wir mal hin ja das wollte ich nur sagen und los geht's mal gucken wie lange das video wird vielleicht können wir noch mal ein bisschen rausholen aber ich glaube nicht eine woche nach heiligabend mann ist das schön und immer noch 60 abonnenten stark danke 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 ich muss tiefer runter ich muss runter ich muss runter jetzt das gleiche kiste dagegen auch hin als uns mal sagen der gleiter ist extrem laut aber ist cool er ist cool aber extrem ist nicht wahr ehrlich war natürlich damit das leiten war das noch mal irgendwie ist der typ unsichtbar okay ich bin der schlechteste sniper es gibt und irgendwie war da so ein klitsch und ich habe gemacht und hier läuft noch jemand lang kommt was mir noch zur verfügung steht ist die piste na kommt mal kommt alter was im video ist zwei schlechte scharf schützen abschüsse und einen pistol kill ja was soll man sagen ich bin einfach extrem heiß haha ok genau das machen wir immer so ist das der 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 wird geschossen ich bin auch nur ich bin einfach nur runter gekommen ist er weiß ich nicht einfach so spontan und ihr würdigen geschossen hat gibt kein morgen der kommt das tauschen dagegen das dagegen ich habe auch kein leid schaden bekommen wort er ist eigentlich gar mal so schlecht ja ich weiß andere würden es anders ausrüsten ich nicht ich bleibe dabei warum höre ich musik ja das sind so blöd was ich mache aber ist ein weg jetzt mal okay hallo ich habe keiner ist einfach munition mehr sehr schön ja ich wundere mich warum er sich gerade feiert aber ist okay also hier draußen laufen mindestens noch zwei weitere leute rum sehr schön wir looten erstmal ein bisschen munition okay scheiß auf die sneaker das ist die bessere wahl und ja mich war irgendwie die schritte nervös einer ich will keine kopfgeldjagd nein was man dann macht man kopfgeldjagd im keller was soll das denn hallo warum macht er das ich würde sagen wir suchen uns einen gegner aber erstmal nehmen wir die kiste mit jetzt habe ich bis zum sneaker money eins nächster wir sind schön am rand der zone finde ich gut drei sehr einfache kills einfach easy abstauber ja aber geil war der kopflose nick also genau andersrum der körperlose nick meinen kopf hat er ja also egal wie gut das ist ich würde es benutzen also gleich kommt irgendjemand aus dem gebüsch und schießt mich tot hier kann aber was gutes drin sein ja ja oh yes ach das ist nicht meine ne ah scheiße welche ist besser nee die ist mir zu langsam okay ich habe auch mich aufmerksam gemacht wo seid ihr kann man hier was gewinnen können schwören ich habe jemand gehört ich liebe die mp ich liebe die mp habe ich meine krone eigentlich noch alter 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 der extrem nette waffen aber hat ihm irgendwie nichts gebracht ich glaube das war ein absoluter noob ey was ist denn hier los dass sie nur teilweise okay wir sind jetzt am zonenrand mal gucken wo die neue zone auftaucht wir nehmen einen von den quadlis wenn ihr noch weihnachtsquats oi wird das habe ich noch nicht dass wir den diamanten mitnehmen den splitter im alten jahr jetzt mal gucken vielleicht hatte ich ein bisschen was vielleicht wird es ein epischer ich denke mal nicht also karten denken wir schon aber das ist kein epischer wird wir drehen jetzt mal schön brav bumm ok gas gebe ich mit richtig weh die dinger sind immer noch so lustig wie damals und fliegen können sie immer noch ja ich bin wem alter nice man jams über die spinnen leben ehrlich ob sie okay ich finde immer noch mit sich die rom stimmt nur kann man damit tricks man oder man musste damals mit tricks mal irgendwas war irgendwas war doch damals sehr auffällig gegner 2 seid ihr gibt immer noch so viele was passiert wenn ich den angreife sterbe ich wollen wir versuchen zu sterben und gucken was passiert da kommt er jetzt zu mir jetzt muss weiter nehmen sollen wo ist er muss er wieder ist abgehauen ach komm schon ich dachte der greift mich jetzt an ich sah aber irgendwie lustig aus also man kann den jagen man muss nicht jagen ich bin so nicht mehr in den game drin würde ich nicht die aufnahmen machen wüsste ich gar nicht mehr was hier läuft das bei der man sich einer weil wir haben kontakt und erst beidert sich ja ich weiß das nennt man nicht so alle sie haben wie geil aus oder er hat sogar das weiter mein kostüm da ist weiter man jetzt auf dem boden wo bist du bist du spidi hat schon jemand gelutet von mir vor wie bei minecraft ich bete mit gemüse ok es gibt kein zater mein kraft ja das weiß ich auch aber weizen alter das sind doch bots oder ich mal ohne scheiß also entweder so das extreme nun alter die bringt mir das geilste lud alter schwede danke jetzt ohne scheiß die bringen mir einfach das geilste lud und klau zu lila und das ohne was zu tun also die mps im nahkampf bösartig die mkf 7 ist geil auf mittler bis dort kurz mittlere distanz und natürlich eine pampel okay vielleicht gibt es noch einen epischen im letzten jahr oder hat mir schaden gemacht jetzt fühle ich mich aber menschlich die person hat mir schaden gemacht scheiße ich gehe noch irgendwas anderes rum egal irgendwo noch einer die ich aufnehmen konnte ich höre jemand ich höre jemand alter das ist ein geiler der sieben kills im letzten jahr noch mal schön hilfs reißen naja dass das wäre es gewesen egal da da ja ja eigentlich war ein spd ich habe dich vorhin gesehen nein 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 er ist mir bestehend okay mit dem kassel hat es jetzt nicht feuer habe ich den alter abgestorben bist du kommst du kommst du kommst du kommst du kommst du bist gut mit den dinger kommt mir auch irgendwie keinen kontakt bis jetzt okay jetzt beide wenn es links von mir kontakt da beide men da halte man das beide men im auge ich weiß nicht ob das besser ist die person wird versuchen ohne nein nein was mache ich denn und jetzt kommt noch weiter man ehrlich alter was war das denn gerade alter schwede ok geiles ende dritter scheiße das war gerade extrem viel auf einmal okay das war's mit dem video ich wünsche euch einen guten rutsch und ein großes neues ich bin nicht mehr draus